Hi, ich war am Samstag in Köln mit zwei anderen Personen, die ich davor aber nicht kannte. Ich habe die per YouTube auch kennengelernt und ich wollte euch zeigen, was wir alles in Köln gemacht haben. Wir hatten sehr viel Spaß und ich hoffe, euch wird das Video gefallen. Ich wollte euch nur sagen, dass die Qualität nicht so gut ist. Wir sind in Köln und wir sind in Köln und wir sind in Köln und wir sind gleich mit mir dran. Mir stimmt und ich wollte sagen, dass ich euch heute mitnehme, was wir heute alles in Köln machen. Aber es ist leider, also es regnet und es ist einfach nur scheiß Wetter, deswegen wissen wir gerade nicht, was wir machen. Und wir sitzen gerade einfach in Köln rum bei Beckes und da. bis итог für die Ras 아� charging. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hallo, wir haben uns gesagt, wir machen doch die DM Charder in Later Challenge und können auf Alicias Kanal gucken und dann könnt ihr mal sehen, wie die Regeln gehen. Ich weiß nicht genau, ob es die Tennis war für HIP, aber wir vermuten, die gibt es noch nicht. Und wir fangen jetzt an. Also wir sind gerade bei DM angekommen und ich würde sagen, also wir haben jetzt halbe Stunde Zeit. Wie viel Uhr haben wir? Sie. Also wir haben jetzt halbe Stunde Zeit. Es ist 20 vor. Also 20 vor, treffen wir uns dann einfach wieder draußen. Das andere Essen, was wir dann bitten müssen, ist was Rutschen. Als nächstes suchen wir was Grünes mit Tee. Wir haben jetzt was gefunden. Es ist Grün. Und Fun Tracking. Wir verlieren. Wir haben gerade gemerkt, dass unten auch noch eine Etage ist. Wir haben jetzt was Blaues mit D gefunden. Und wir suchen jetzt weiter nach was Blaues mit M. Wir möchten jetzt was Gärdes mit D suchen. Und wir haben jetzt zwei Sachen gefunden. Wir sind jetzt jedes Mal so vor und fahren mit dem Aufzug. Guck mal, wie süß. Hallo. Guck mal, so schön geschmückt hier. Puh. Die Challenge ist jetzt zu Ende. Und wir haben leider verloren. Schlecht. Ihr könnt die andere Challenge bei Elena und Alisa sehen. Ich verlinke euch die Kanäle in der Infobox. Und die Bestrafung haben wir noch nicht. Aber wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann ist die Bestrafung. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.